Das kann ich jetzt hier... Ah, dann mache ich das da auch. Zum Turm. Hier unten. Alles klar? Nice. Vorsicht. Erledige sie, Elena! Nee, ich erledige die nicht. Ich will einfach nur hier durchfahren. Ah! Gut. Ah, da oben. Ah! Na ja, wenigstens muss man nicht so gut zielen. Na ja, wenigstens muss man nicht so gut zielen. Ich muss jetzt mal hier ein paar Fässer entfernen. Gut. So. Was ist mit dir, Kollege? Aha. Ja, moin. Du auch hier? Wo muss ich denn hin? Ich hab das nicht so ganz im Blick. Schieß auf die Gewichte. Aha. Auf die da? Gut. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Toll. Gib ihm den Rest. Leute, ihr seid anstrengend. Die Musik ist immer noch so aufgeheizt. Hä? Ich seh euch gar nicht, Leute. Was ist denn da los? So. Gut. Gut. Gut, gut. Ähm. Jetzt muss ich erstmal darüber schwimmen. In der Goppe. Du bist tot. Du sitzt fest. Feuer. Fuck. Nehmt was noch auf. Ja. Scheiße. Du bist tot. Ja. Das befürchte ich auch. Ähm. Zeig mir deinen Kopf. Nein. Ach, jetzt werden wir mutig, oder wat? Stress mich nicht. Shit. Ausschwärmen. Feuer. Du bist tot. Kuckuck. Zieh dich nicht. Alle? Nee, das war nicht gut. Du hast gleich zu Hause. So. Jetzt nehme ich erstmal die Pico mit. Weil sonst habe ich hier gar keine Munition. Das ist ganz schlecht. Ach, Hummel. Dann nehme ich wieder die mit. Gefällt mir natürlich besser. Ah, das könnte ja helfen. Aha. So. Munition. Nehme ich mit. Munition. Nehme ich mit. Die ist voll. Okay. Hier liegt bestimmt noch noch Munition rum, oder? Ah. Sag ich doch. Der da? Hast du noch Munition? Hallo? Ah. Nö. Die kann ich nicht mitnehmen. Okay. Ich weiß, ich muss wahrscheinlich da oben lang klettern, ne? Hier längs. Hopp. Ich muss da lang. Hopp. Hopp. Hopp, 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 hopp. Ne, so nicht. Okay, das hat nicht geklappt. Ah. Oh, voll da drüber gesprungen. Das war auch nicht richtig. Doof. Ich will nur wieder... Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Was ist denn jetzt? Ja, da will ich drauf, genau. Ich habe nämlich gerade eben, als ich das erst mal runtergefallen bin, gesehen, dass ich da rüber muss. Aber leider bin ich da wieder runtergefallen. Immer wieder. Ja. Okay. Och, Mann. Okay, ich versuche es nochmal. Ja. Ich meine, ich kletter ja gerne in solchen Spielen, ne? Das ist ja genau das, was ich gerne mache. Ich mag das, wenn das durch so... ...alles so leer anfühlt und verloren und... ...man so einsam irgendwo ist und so... ...und einfach nur durch die Gegend läuft und rumklettert und so. ...das ist so Atmosphäre, die mag ich. Aber... ...wenn die Spielphysik... ...dann den Charakter immer so gleiten lässt an irgendwelchen Kanten und so. ...hä? Hä? Hat sich doch gerade angehört wie ein Gegner. Hab dich! Oh man. Ich wollte nur die Deckung wechseln. Okay. Tschüss! Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Warum kommt der hier nicht aus der Deckung? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich sehe dich gar nicht. Wo schießt der hin? Ich habe keine Ahnung, wo der hinschießt. Verdammt! Was ist mit dem? Der war ja schnell kaputt. Wo gehe ich denn am besten in Deckung? Oh nein! Ich würde gerne an die kleine Wand anwenden. Wo, 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 wo! Woah! Missed! Okay. Oh man. Okay, jetzt. Hepp! Wird nicht! Weck! Woah! Wir haben ihn! Wird nicht! Ha! So weit kannst du wohl nicht sterben, Junge. So gut kann ich wohl nicht sehen, Junge. So. War da noch eine? Ich hab dich gesehen, Junge. Ich hab dich gesehen. Der nächste, bitte. Sieben Schuss. Reicht das? Ich glaub, ist ja noch der eine, oder? Okay. Bist du? Hopp. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Noch irgendwo eine böse Überraschung? Ich sammle gerade noch ein bisschen Munition ein und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.